Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cats hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Ich bin hier gerade etwas am Umstrukturieren von meinem Kanal. Habe ich ja auch schon letztens in meinem Video erwähnt. Und ja, ihr habt mir auch schon viele Tipps und Sachen geschrieben in die Kommentare, was ich so verändern kann, was ich spielen soll. Und ja, in den nächsten Tagen wird auch ein neues Spiel kommen, Leute. Deswegen unbedingt die Glocke hier unter dem Video aktivieren, dass ihr immer sofort benachrichtigt werdet, wenn ihr, ja, ein, ja, wenn ein neues Video online kommt. Ja, Leute, die erste Schulwoche ist ja zu Ende, beziehungsweise Studienwoche für mich. Wie war es für euch, wieder in die Schule zu gehen? Schreibt mir das doch mal bitte auch in die Kommentare. Und ja, oder seid ihr eigentlich Arbeiter und arbeitet sowieso schon jetzt länger und müsst euch nicht, ja, habt nicht so lange Ferien genießen können. Dann schreibt mir das doch mal bitte auch in die Kommentare. Aber egal, Leute, wie es natürlich bei Cats so ist, wollen wir natürlich heute aufsteigen. Wir haben uns hier sehr oft verteidigt, wie ich gesehen habe. Mal schauen, was so die Kisten bringen. Ich hoffe, dass wir irgendwo ein Angriffswerkzeug haben, denn das wäre richtig genial, Leute. Äh, ja, naja, gut, ein Energiewerkzeug brauche ich jetzt wirklich nicht. Und einige schreiben so, Danny, du spielst so blöd, wieso lässt du dann immer deine Ticket so brennen? Nun ja, Leute, ich habe momentan keinen Bock auf die ultimative Liga. Deswegen betrete ich die ultimative Liga auch nicht. Denn wenn ich bei der ultimative Liga nicht spiele, dann falle ich ja eine Liga runter. Und das will ich nicht, deswegen spiele ich momentan nicht bei der ultimative Liga. So, Leute, hätten wir das auch geklärt? Haben wir hier ein besseres... Wieso habe ich schon wieder so viele Energiewerkzeuge? Sechs Energiewerkzeuge und ich kann die nicht mehr sehen, Leute. Ich will ein Angriffswerkzeug oder ein Panzerwerkzeug. So, alles unbrauchbar können wir da... Okay, da können wir uns wenigstens einen Aufstieg gönnen damit. Aber na gut, schauen wir jetzt einfach mal in die Meisterschaft und schauen wir, wo das Problem liegt. Vielleicht, ja, glaube irgendwie liegt das Problem dann, dass ich dann doch wieder Doppelraketen habe. Besonders wenn der Gegner einen Ballonheber hat. Was wir an dieser Stelle hier sehen, da wäre es cool natürlich, wenn wir eine Klinge hätten. Deswegen probieren wir gleich mal, vorne eine Klinge zu platzieren. Dann sollten wir die Ballonheber somit ausschalten können. Ich weiß, Waffensynergie ist jetzt natürlich weg, aber ich hatte ja eine grüne Klinge, oder Leute? Die haben wir, glaube ich, jetzt irgendwie verbockt. Na gut, die haben wir dann hier... Oder wartet, nein, ich habe die grüne Klinge doch hier. Haha, dachte ich mir doch. Das wäre jetzt wirklich schade um die gewesen. So, plus 176. Okay, wir haben trotzdem mehr Angriff als vorhin. Und deswegen ist das gar nicht mal so schlecht. Und vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Ja, somit trifft er uns mit seinen Doppelraketen nicht noch einmal, weil wir uns nicht aufstellen. Und somit kann ich mich nicht zerstören. Und ich hoffe, das gleiche gilt auch für ihn hier. Ja, sieht sehr, 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 sehr gut aus. So, der hat auch wieder einen Ballonheber. Ballonheber werden einfach so verdammt oft gespielt. Aber so habe ich eigentlich ein sehr gutes Setup. Vielleicht schaffen wir einen doppelten Aufstieg, Leute. Ah, der spielt eine Doppelrakete, aber kein Problem für uns. So, vier Siege hätten wir ja schon mal. Vier hatten wir ja vorhin schon. Oh! Ja, das können wir vielleicht noch etwas ändern. Das wir vielleicht da... Okay, da... Der ist halt sehr, sehr blöd aus. Aber wir haben ja noch eine Kiste. Wir können auch noch ein paar Gangcampe spielen. Vielleicht ist ja da irgendwas möglich. Ja, ich würde sagen, es lohnt sich nicht mehr hier weiter zu spielen. Deswegen gehen wir da gleich mal raus. Wir sind unter den Top 6. Das heißt, wir würden in vier Stunden sogar aufsteigen. Ja, Leute. Wie ihr wisst, Cats und Pixelgang kommt jetzt immer mehr abwechselnd auf diesem Kanal. Also es kommt nicht mehr jeden Tag um 19.30 Uhr Cats. Deswegen habe ich die, ja, die Upload-Zert etwas runtergesetzt, weil ich habe ja auch eine Abstimmung gemacht, wann es für euch am besten ist. Und ihr habt einfach gesagt, 18 Uhr, perfekte Zeit. Ich könnte es auch gerne noch früher machen, wie ihr wollt, Leute. Aber, ja, momentan bleiben wir so. Und wie ich sehe, sind hier noch, ähm, 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 ja. Es sind zwei ausgetreten. Also, Leute, es ist Platz. Deswegen kommt vorbei. Wir kämpfen hier gleich mal. Vielleicht ist ja irgendwo ein besseres Teil dabei. Wow. One-Hit, beziehungsweise keine Ahnung, was das jetzt war. Die pulverisieren wir regelrecht. Die pulverisieren wir mit 4.20. Ja, da kann man, könnte man nicht weit. Was bekommen wir in der Stufe 1 Kiste? Einen Schleich, einen Laser. Und das war's. Das war's auch schon. Ach, komm, gib mir coole grüne Teile. Das wäre auf alle Fälle nice. Und die schaffen wir alle so easy, Leute. Das ist unglaublich. Und den sollten wir auch easy schaffen. So, easy-jeasy ist der Kotick. Weg vom Fenster. So. Stufe 2 Kiste, ein Klassiker. Hm, Klassiker mit Rückstoßer. Könnte man natürlich auch immer super spielen. Aber ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, Nummer 1. Nummer 2. So, komm, heb den auf. Nein. Aber was machen wir jetzt? Schafft der den? Nö, der schafft den auf keinen Fall. Und der schafft den normalerweise auch nicht. Nö, 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 nö. Keine Chance. Na gut, wir haben verloren, Leute. Aber das soll nichts heißen. Denn wir werden jetzt probieren, dass wir das Teil hier sehr upgraden. Wenn wir hier... Wir haben nicht mal hier einen grünen Dingens. Aber wir könnten das Teil drauf tun. Ha, wir haben bloß 5 somit. Und noch mal bloß 57. Okay, das geht jetzt schon besser rein. Das ist auch ein neues Teil, aber kann ich genau null benutzen. Das ist auch noch nicht upgradet. Das heißt, da ist noch einiges an Leben, was wir uns holen können, wenn es mit dem Geld halt sich ausgeht. Plus 57. Wow. Das ist genial. Plus 57 ist gut. Deswegen schauen wir, was wir da so haben. Okay. Ja, Stufe 17 möchte ich wirklich. Aber es bringt mir auch halt kein einziges Level ab. Plus 58. So, jetzt geht's rauf, Leute. Da geht's rauf. Nope, nope, nope. Wow. So, einen Laser können wir auch hergeben. So, noch bloß 57. Wir haben jetzt fast 3000 Leben. Am Angriff könnte man auch noch was regeln. Probieren wir mal. Aber zuerst verkaufen wir hier mal. Ja, das ist die gute Rakete. Doppelrakete, die will ich jetzt nicht hergeben. Aber schauen wir mal. Okay, da geht nichts weiter. Was geht hier? Auch nichts. Wow, wie viel brauche ich denn hier? Wow, Stufe 11 Teil. Plus 35. Ah, come on. Come on. Nope, das wollte ich nicht. Aber, okay, das war auch nicht der Stufe 11 Teil. Wo haben wir das? Oh, wir haben hier auch noch was. Hm. Aber jetzt. So, verkaufen, wir verkaufen, wir verkaufen, wir verkaufen, wir verkaufen, kaufen, 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 verkaufen. Wo haben wir jetzt noch schnell dieses Stufe 11 Teil? Ist es das? Ja. Und ich habe jetzt sogar genug Geld. Eigentlich wollte ich sie hier drauf geben. Ach, come on. So, jetzt haben wir auch hier plus 35. Jetzt haben wir fast 1000 Angriff. Probieren wir es nochmal. Mal schauen, wie viel wir jetzt wirklich schaffen, Leute. Es wäre natürlich cool, wenn wir hier ja noch ein paar mehr Medaillen uns holen könnten. Das ist das Problem, dass der Typ hier die Harpune hat. Da bräuchten wir noch etwas. So, aber den können wir zerstören. Wir haben hier eine... Oh, da rutscht er runter. Da rutscht er runter. Ach. Jamie 14. Okay, gegen die haben wir schon alle gewonnen. Das heißt, wir sollten heute hoffentlich noch aufsteigen. Wir haben hier neun Medaillen. Das klingt gut. Das ist gut, Leute. Neun Medaillen in vier Stunden. Ich glaube nicht, dass uns da irgendwer noch... Irgendwer eine Stich durch die Rechnung macht. Ähm, gegen den kommen wir leider auch nicht an. Das ist schade eigentlich. Ja, ich müsste eigentlich mit drei guten Fahrzeugen spielen. Das wäre um einige schlauer als nur mit einem guten immer. Aber ja, für direkte Aufstiege muss man einfach auch wirklich sich auf ein Fahrzeug konzentrieren, Leute. Und da ist es dann halt manchmal bei den Fliegerkämpfen schon sehr... Also bei den Gangkämpfen schon sehr, sehr, sehr weit unten vorbei. Und ja, soll ich hier auch nochmal starten? Aber ich glaube es nicht. Vielleicht können wir hier irgendwas verbessern. Ich meine, wir haben hier genug Kohle, deswegen können wir das verbessern. Und das ist wirklich mal ein verfeinerter Rang. Rang verfeinert. Mega nice. Habe ich, ist glaube ich das einzige mit Rang verfeinert. Könnte man das hier irgendwo raufpacken, wo es Sinn machen würde? Nö, weil das hat alle... Alle haben hier so weit hinten ihre Sachen. Außer er. Da würde es Sinn machen, wenn man das vorne raufpackt. Den Reifen hinten, den Reifen vorne. Äh, wieso ist der hinten jetzt höher? Okay. Eskalier mal. Und dann können wir welche Waffe raufpacken? Eine Rakete wäre cool. Ja, die packen wir dann da drauf. Energie. Oh mein Gott, die Säge hat wirklich... Also die... Okay. Na gut. Probier... Komm. Nein, nein, nein. Später, später, später. Ich will da jetzt wirklich nichts riskieren. Ich will nicht, dass wir da absteigen. Wir haben hier so lange gebraucht, bis wir endlich aufgestiegen sind. Und das will ich jetzt wirklich nicht verhauen, Leute. Ja, vielen, vielen Dank bei dir fürs Zusehen. Falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo von dir freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich werde schauen, dass ich jetzt noch ein paar Kisten farme. Und wir werden natürlich aufsteigen. Ja, Leute. Deswegen, das war es von mir mit diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's auf alle Fälle gut. Und haut rein. Ciao.